Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Runde Minecraft PvP. Diesmal spielen wir Dragon Escape auf dem schönen Server eu.mineplex.com Oder war es .com? Ja, es war .com. Und ja, Dragon Escape ist ja eigentlich mehr oder weniger ein Jump'n'Run-Spiel, wo es gegen andere Leute gilt zu gewinnen, als erster Ziel zu kommen, etc. Das werdet ihr vielleicht schon kennen von anderen YouTubern. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal gespielt. Ich finde es macht richtig Spaß. Vor allem, wenn man mit anderen Leuten... Oh Gott, das war so ein Fail einfach. Und dann sind natürlich alle anderen Leute in einem drin. Und man sieht nichts mehr. Naja. So, dafür komme ich hier ein bisschen souveräner durch. Ich muss sagen, das Spiel liegt mir sogar halbwegs. Ich bin jetzt Zweiter hinter ihm hier. Hinter dem... Fuck, jetzt habe ich hier verkackt ein bisschen. Jetzt bin ich wieder Erster. Oh, schneller. Oh, schneller. Oh, so geschafft. Man sieht, man kann hier auch so ein bisschen abkürzen. Mit dem Kit oder dem Item, was ich hier gerade habe. Kann ich viel mal benutzen, insgesamt die Axt. Und das vierte Mal ist jetzt auch weg, wenn ich das hier mache. So. Jetzt darf ich nicht mehr verkacken. Das ist immer der beschissenste Sprung, glaube ich. Der hier nämlich. Der Rest geht sogar. Woah. So, zack, zack. Nein! Nein! Und der Sprung natürlich auch. Der Sprung ist natürlich auch richtig beschissen. Fuck! Oh nein, ey. Komm, bitte überhol mich nicht. Ich hoffe doch noch einer. Wo ist denn der hin? Zwei leben noch. Die beiden hier. Ja, und ich habe gewonnen. Sehr schön. Nice. 1,3 Sekunden. GG. Ah, der Sprung ist natürlich richtig beschissen hier. Ich habe doch schon ein paar Mal bis ins Ziel geschafft, aber na ja. Gut. So, mal gucken. Wie lange das hier dauert jetzt. Through Hells, die nächste Map. Es gibt ja nur zwei Stück. Leider. Waiting for Players. Nicht genug Spieler. Wow. 60 Sekunden. Na gut, ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Runde. So, und damit willkommen zurück zur nächsten Runde. Wir spielen Through Hell. Und das einzige, was ich hier eigentlich beschissen finde, ist, dass es hier eine dritte Reihe gibt. Kroki. Wo ich eigentlich noch weniger Chancen habe, vor allem wenn man in der dritten Reihe spawnt. Und beschissen ist allgemein sowieso, dass meistens andere Leute in einem drin stehen. Pfff. Jetzt muss ich mich schon konzentraten hier. Boah, richtig schon abgekürzt. Ja, das war richtig abgekürzt. Alter. Das ist unfassbar einfach nur. Es ist einfach unfassbar, dass ich den Sprung nicht schaffe. Er ist oben verreckt. Beim rüberspringen, ey. Der eine hat es geschafft, der andere auch. Alter Schwede. Diesen Sprung her. Ja. Von denen, nach denen man nicht verkacken kann, das ist unfassbar. Trotzdem passiert so oft. Na gut, ich bin nur ein dritter. Na ja, na ja, na ja. Ey, ich hoffe es auch ein bisschen weiter noch. Ah ne, jetzt fliegt er auch runter. Bam. Gut, GG. Ah, ich hatte immer das, warum ist hier eigentlich der Chat immer silenced? Finde ich ein bisschen dumm, aber na ja. Gut, ich würde mal sagen, wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Runde. Bis gleich. So, und weiter geht's mit der nächsten Runde. Wir spielen Skylands. Da ist der Drache. Der böse, böse. Und ja, mal gucken, wie es diesmal läuft. Vielleicht schaffe ich es ja sogar mal bis zum Ende. Oh ne, bitte nicht alle rein in mich. Na fuck. So, oh. Boah. Hat ganz gut geklappt. Ah. Zack. Oh, es läuft. Ich bin mit Abstand erst da sogar. Runter. Ah. Drüber. Zack. 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 Ah. Es läufts. Die Runde läufts. Mal gucken. Ich darf nur da hinten nicht runter fliegen. Deshalb mache ich mal das jetzt hier zu Ende. Nein! Oh Gott. Ich mache es doch nicht zu Ende. Oh Gott. Das war richtig fail gerade. krass wie ich gerade gefällt habe so ich hatte es die maus so drum zu drehen die ganze zeit das tut meinem handgelenk nicht gut den sprung haben wir geschafft jetzt kommt noch das hier knapp 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 aber ich glaube ich noch einholen geschafft wenn er das jetzt hier schafft dann hat er mich ich bin hier runtergeflogen lolly gamer jaha nein nein er hat mich überholt weil er sich noch mal nach vorne geportet hat mit dem ding scheiße hat er hat aber noch richtig gut gemacht der letzten ding damit der axt noch mal richtig was rausgehauen gut ich muss sagen wir sehen uns dann gleich wieder bei der letzten runde und zwar mit gut und damit willkommen zurück zur letzten runde nicht denn wir spielen auch eine runde skylands danach mal gucken aber die letzteren through hell wird hier vor allem weil die map auch glaube ich ein bisschen schwerer ist als skylands vor allem einen sprung da und ich hasse es wenn leute in mir drin stehen ich hoffe das ist nicht der fall diese runde so zack zack läuft gut das haben wir auch geschafft so ich habe den sprung geschafft zum glück zum glück habe ich diesen sprung schaffen jetzt nicht hier irgendwo reinfliegen ich hasse es nämlich wenn ich hier löcher reinfliegen von dieser treppe jetzt durch die lava hier was ich sowieso einfach kacke meistens weil ich umwunde lava jängen bleibe das ist richtig schlimm teilweise das haben wir auch schon geschafft jetzt und jetzt hier weiter darunter darunter diesen sprung jenen sprung soweit war ich glaube ich noch nie bei dem jump run aber fuck jetzt hab ich einfach kackt nein ich bin die falsche richtung gesprungen trotzdem erster nice tringeling sehr schön gut dann würde ich mal sagen das war es hier mit through hell wir sind uns dann gleich wieder in der nächsten runde und zwar spielen wir dann skylands bis dann so und damit willkommen zurück zur letzten runde jetzt spielen wir noch eine runde skylands und geht los ja nur so es war besser durchgekommen als das eine mal das mache ich übrigens jetzt immer hier na fuck jetzt bleibe ich hier zehnmal hängen naja nein oh gott jetzt bin ich gegen die blätter gegen gelaufen so hier ist immer die beste abkürzung eigentlich da habe ich den typen der da eigentlich von mir waren aber mache ich überholt doch kurz näher ich probiere es gar nicht erst hier durch zustimmen zu große gefahr dass man hängen bleibt so zack 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 sehr schön und das ist ja auch eine sehr schöne abkürzung so darf ich das eis ding hier nicht verkacken so jetzt habe ich mir überlegt das hier mal zu machen so sehr schön jetzt habe ich nämlich noch einen sprung frei so klar trotzdem ist keiner hinter mir beziehungsweise nicht so knapp hinter mir nein ich wollte gerade schon sagen sehr schön so dann war den sprung schon mal nicht verkackt komm nein nein nicht bis zum ende geschafft aber trotzdem erst ach fuck ach der allerletzte sprung hat aber nicht mehr gereicht dann ach scheiße gut das war es auf jeden fall mit drang escape ich hoffe es hat euch gefallen könnt ihr mal schreiben in die kommentare wie es euch gefallen hat nächstes mal falls ich nochmal drang escape spiele wahrscheinlich mit ein paar mehr leuten als nur alleine gut das war es dann und ja wir sehen uns beim nächsten mal wieder bis dahin und tschüss